Musik Ich habe ja vier Jahre in Schweden Hockey gespielt und Studium gemacht und habe das letzte Jahr in der Universität studiert als Physiotherapeut und jetzt bin ich in Langquart in die Schule gekommen, Physiotherapeut und jetzt ist Chur-Langquart eine nahe Distanz und das ist dann so die Stand gekommen, dass ich nachher gekommen bin. Musik Musik Wir haben eine gute Chemiermannschaft. Alle Spieler kommen gut untereinander aus. Ja und das erste Spiel war eigentlich gut. Ich habe gefunden, es hätte etwas konstanter sein können von der Leistung her, aber es war das erste Spiel, also man kann zufrieden sein. Musik Musik Ich spiele das Hockey, das ich kann, gebe mir das Beste. Ich versuche jeden Zweikampf zu gewinnen und schlussendlich müssen wir es als Team machen, aber ich gebe mir das Beste. Musik Musik Ja, das ist schön, dass wir eben füreinander spielen. Wir wissen, wir haben eine junge Mannschaft, jeder muss in jedem Spiel 100% dabei sein, füreinander spielen und dann kommt es gut. Musik 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 Musik